Im Laufe von fast 20 Jahren erhielten die Einwohner, Unternehmen, Schulen und Behörden von Circleville im Bundesstaat Ohio über 1000 anonyme Briefe mit zum Teil schwerwiegendsten Anschuldigungen, die von Untreue über Missbrauch bis hin zu Korruption reichten. Als die Belästigungen schließlich zu einem Mordversuch eskalierten, wurde ein Mann in Zusammenhang mit den Briefen verhaftet. Die Identität des Autors oder wahrscheinlicher der Autorin konnte jedoch nie schlüssig bewiesen werden. Die ersten anonymen Briefe kamen bereits 1976. Die ursprüngliche Empfängerin war eine örtliche Busfahrerin namens Mary Gillespie, die für den Schulbezirk Westfall arbeitete. In markanten Blockbuchstaben wurde ihr in dem Brief eine Affäre mit dem Schulinspektor Gordon Massey vorgeworfen, einem verheirateten Vater eines Kindes. Der Umschlag war mit einem Poststempel aus Columbus, das etwa 25 Meilen südlich von Circleville liegt, versehen und hatte keinen Absender. Der Brief war einfach mit der Circleville-Schreiber unterschrieben und in dem Brief stand, Zitat Mary, die ein Ehemann und zwei Kinder hatte, war von dem Brief erschüttert. Wer war diese Person und warum belästigte sie sie? Immer mehr Briefe kamen im Hause Gillespie an, aber Mary beschloss sie einfach zu ignorieren. Obwohl sie die Vorwürfe der Untreue später bestritt, hielt Mary die Briefe zunächst vor ihrem Mann geheim, zumindest bis er begann selbst Briefe zu erhalten. Der anonyme Schreiber schrieb Ron Gillespie, dass seine Frau ihn mit Massey betrüge und dass er sich darum kümmern müsse. Als Mr. Gillespie jedoch nichts unternahm, eskalierten die Drohungen. Zitat Gillespie, du hattest zwei Wochen Zeit und hast nichts getan. Du bist ein Schwein. Bring sie dazu, die Wahrheit zuzugeben und informiere die Schulbehörde. Wenn nicht, werde ich es verbreiten. Poster, Schilder, Werbetafeln. Bis die Wahrheit ans Licht kommt. Nur Schweine fahren Motorrad. Viel Glück in deinem rot-weißen Truck auf dem Weg zur Arbeit. Ich bin ihm seit dem letzten Sommer wochenlang gefolgt und habe gesehen, wie sie sich mehrmals mit ihm getroffen hat. Der mysteriöse Autor begann bald ähnliche Briefe über die angebliche Affäre an den stellvertretenden Schuldirektor der Schule zu schicken. Zitat Ein Beweis gab es nicht, weil die Anschuldigungen natürlich gelogen waren. Es war jedoch bemerkenswert, dass der Autor Marys Fahrernummer kannte, was darauf hindeutete, dass es sich um jemanden handelte, der mit der Schule in Verbindung stand. Aber wer? Zu diesem Zeitpunkt erhielt Gordon Massey auch Drohbriefe. Darin drohte der Autor, seine Reifen zu zerstechen und seine Bremsleitungen zu zerschneiden, wenn er die Affäre nicht sofort beenden würde. Die Ereignisse nahmen eine noch bedrohlichere Wendung, als der mysteriöse Autor begann, Marys und Rons zwölfjährige Tochter Tracy in den Briefen zu erwähnen und Massey vorwarf, sie verbraucht zu haben. Und zum ersten Mal erhielten die Briefe auch konkrete Morddrohungen. Zitat Verzweifelt auf der Suche nach Hilfe übergaben die Gillespies die Briefe dem Büro des Sheriffs. Die örtlichen Strafverfolgungsbehörden hörten Telefone ab, beobachteten Häuser und arbeiteten mit dem Postdienst zusammen, um Briefe abzufangen. Alles ohne Erfolg. Was als Einschüchterungskampagne begann, die sich speziell gegen die Gillespies und Gordon Massey richtete, weitete sich bald auf viele andere Einwohner von Circleville aus, die nun regelmäßig ihre Drohbriefe bekamen, immer mit Poststempel aus Columbus. Wer war dieser Mensch, der die dunkelsten und intimsten Geheimnisse der Stadt zu kennen schien? Völlig gestresst und unzufrieden mit den erfolglosen Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden, die Identität des mysteriösen Schreibers herauszufinden, wandten sich die Gillespies an Rons Schwester und ihren Mann, Karen und Paul Fraschur. Sie zeigten den Fraschurs die Briefe, die sie erhalten hatten und baten sie um Hilfe bei der Identifikation des Autors. Paul und Karen hatten tatsächlich auch einen Namen für sie. David Longberry. Longberry war ein Arbeitskollege von Mary und hatte ihr mehrfach Avancen gemacht. Sie wies ihn jedes Mal zurück und die Fraschurs hielten es für plausibel, dass er darüber verbittert war und Rache wollte. Er wäre auch jemand, der Marys Fahrernummer kennen könnte. Paul und Karen beschlossen, ihm einen Brief zu schreiben, in dem sie ihm mitteilten, dass sie wussten, dass er für die Drohbriefe verantwortlich war und ihn eindringlich warnten, damit aufzuhören. Und interessanterweise hörten die anonymen Briefe nach dieser Konfrontation mit Longberry für eine Weile auf. Mary und Ron abelten erleichtert auf, da sie dachten, dass die Tortur endlich ein Ende hatte. Aber in Wirklichkeit war das alles nur der Anfang. Während die Briefe kurzzeitig aufhörten, wurden sie durch Plakate ersetzt, die entlang von Marys täglicher Busroute auftauchten. Die Plakate enthielten weitgehend denselben Inhalt und dieselben Anschuldigungen wie die Briefe, wurden nun aber öffentlich ausgehängt. Die Jillispies machten sich Sorgen um ihre Tochter, die in den Postern häufig erwähnt wurde. Ron war entschlossen, seine Tochter so gut wie möglich vor den Drohungen zu schützen und so beschloss er, die Schilder abzunehmen, sobald er sie entdeckte. Paul Fraschur, Rons Schwager, sagte, dass Ron am Boden zerstört und völlig verzweifelt war. Er hat kaum noch geschlafen. Er fuhr morgens vor Schichtbeginn ein bis zwei Stunden herum, um nach diesen obszönen Schildern zu suchen. Im August 1977 reiste Mary mit ihrer Schwester nach Florida. Es sollte eine Flucht vor den Sorgen sein, die sie im letzten Jahr geplagt hatten. Nachdem Mary weg war, musste Ron sich alleine mit der Terror-Kampagne des mysteriösen Autors auseinandersetzen. Am Abend des 19. August klingelte bei den Jillispies das Telefon. Tracy hörte, wie ihr Vater Ron den unbekannten Anrufer im Nebenzimmer anschrie. Er war überzeugt, dass es der Briefschreiber war, den er am Telefon hatte. Und wollte diese Person zur Rede stellen. Er schnappte sich seinen Revolver-Kaliber 22 und fuhr hastig in seinem Ford-Pickup davon. Und nicht einmal 50 Minuten später wurde eine schockierende Entdeckung gemacht. Das Wrack von Rons Truck, der offenbar am Ende der Straße gegen einen Baum geprallt war. Ron, der nicht angeschnallt war, wurde tot im Fahrzeug gefunden. Das Kurioseste daran war, dass aus Rons Revolver eine Kugel abgefeuert wurde. Doch weder das Projektil noch das Einschussloch wurden gefunden. Nur die leere Hülse im Innenraum des Autos. Der toxikologische Bericht ergab, dass Ron einen Blutalkoholspiegel von 1,6 Promille hatte. Seine Familie argumentierte jedoch, dass dies unmöglich sei, da Ron nie ein starker Trinker gewesen sei. Sie waren auch davon überzeugt, dass sein Tod auf Fremdverschulden zurückzuführen war. Paul Frischur jedenfalls war überzeugt davon, dass sein Schwager ermordet worden war. Zuerst stimmte ihm der Sheriff auch zu, änderte aber seine Meinung irgendwann und das hatte einen ziemlich, naja sagen wir mal, karrieretechnischen Grund. Sheriff Radcliffs Motiv, einen möglichen Mord zu vertuschen, war, dass er für das Amt des Präsidenten der National Sheriff's Association kandidierte. Und eine Stadt, die nicht nur von einem durchgeknallten Briefschreiber, sondern auch einem, der zum Mörder geworden war, geplagt wird, wäre kein gutes Bild für den Präsidenten einer solchen Organisation. Dem Briefschreiber ist dies natürlich nicht entgangen und er schrieb Briefe, in denen er behauptete, Sheriff Radcliffe würde die Wahrheit über Rons Tod vertuschen. Und obwohl Ron Gillispie unter wirklich seltsamen Umständen starb, deutete nichts darauf hin, dass ein Verbrechen vorlag. Auf wen oder was hatte er vor dem Unfall geschossen? Nach Ron Gillispies Tod gingen die Schilder und Briefe immer weiter. Einige von ihnen enthielten schockierende Anschuldigungen. Der Urheber behauptete, dass Dr. Ray Carroll, der Gerichtsmediziner, der feststellte, dass Ron Gillispie an einem Unfall gestorben war, sich an Kindern zu schaffen gemacht habe. Und tatsächlich sollte sich 10 Jahre später diese ganzen Behauptungen als wahr herausstellen. Und Ray Carroll wurde als ein Serientäter entlarvt und auch verurteilt. Ja, und schließlich gestand auch Mary Gillispie tatsächlich eine Affäre mit Gordon Massey gehabt zu haben. Aber ihrer Aussage nach begann diese erst nach dem Tod ihres Mannes Ron. Und obwohl ihre Behauptungen zum zeitlichen Ablauf der Affäre ziemlich fragwürdig waren, hoffte sie, dass Transparenz und Ehrlichkeit helfen könnte, der Belästigung durch den Briefschreiber ein Ende zu setzen. Aber leider lag sie falsch. Am 7. Februar 1983 stieß Mary Gillispie auf ihrer Busroute auf ein besonders verstörendes Schild, das die angebliche Affäre zwischen Gordon Massey und Marys Tochter Tracy detailliert beschrieb. Sie hielt den Bus an und wollte das Schild entfernen. Aber als sie damit anfing, bemerkte sie eine Schnur, die das Schild mit einer Kiste in der Nähe verbannt. Wie sich herausstellte, enthielt die kleine Holzkiste eine Pistole, die mit Styroporblöcken befestigt war. Die Schnur, die vom Schild ging, war mit dem Abzug der Pistole verbunden. Jeder, der das Schild entfernt hätte, wäre von einem Schuss aus dieser Waffe getroffen worden. Zum Glück bemerkte Mary aber schnell, dass es sich um eine Falle handelte. Mary nahm daraufhin die Kiste mitsamt der Pistole an sich und fuhr damit zur Polizei, damit die Polizei die Pistole untersuchen konnte. Bei dieser Untersuchung hat man festgestellt, dass irgendwer versucht hatte, die Seriennummer dieser Waffe zu entfernen. Aber Waffenexperten des Ohio Bureau of Criminal Investigation haben es doch noch geschafft, diese Seriennummer wieder sichtbar zu machen. Die Seriennummer führte die Polizei zu einem Mann namens Wesley, der in der örtlichen Anhäuser Buschbrauerei in Columbus arbeitete. Laut Wesley verkaufte er die Waffe jedoch an seinen Vorgesetzten und hatte sie schon seit einiger Zeit nicht mehr in seinem Besitz. Und wer war sein Vorgesetzter? Nun, es war niemand Geringeres als Paul Fraschur, Marys und Rons Schwager. Paul beteuerte natürlich von Anfang an seine Unschuld und kooperierte mit den Ermittlern. Er gab an, dass ihm die Pistole Wochen zuvor gestohlen worden war und dass er glaubte, man würde ihm etwas anhängen wollen. Die Polizei war skeptisch, insbesondere nachdem ihr neuer Verdächtiger einen Lügendetektortest nicht bestanden hatte. Die Beamten brachen Ron einige Circleville Briefe und baten ihn, die markante Blockschrift in seiner eigenen Handschrift nachzubilden. Er kam dieser Aufforderung nach. Später stellte der Sheriff fest, dass seine Handschrift perfekt mit der des Circleville Briefschreibers übereinstimmte und farftete ihn umgehend. Während des darauf folgenden Prozesses behauptete Karen Fraschur, mit der Paul erst kurz vor der Briefserie eine wirklich hässliche Scheidung durchgemacht hatte, sie habe Dutzende der Briefe in seinem Haus gefunden, als sie noch zusammenlebten. Aber als sie aufgefordert wurde, die Dokumente vorzulegen, gab sie an, sie habe sie alle weggeworfen. Dazu muss man aber auch sagen, dass Karen zu diesem Zeitpunkt im Rahmen der Scheidungsvereinbarung alles verloren hatte, das Sorgerecht für ihre Kinder, ihr Zuhause, ihre Ersparnisse und in einem Wohnwagen auf Mary Gillis Pies Grundstück lebte. Weitere Beweise, die Paul mit der Falle für Mary in Verbindung bringen, gab es nicht. Paul hatte sogar ein Alibi für den Tag, an dem die Falle aufgestellt wurde. Er war zu Hause, weil er in seinem Haus gearbeitet wurde. Paul kooperierte außerdem voll und ganz mit den Strafverfolgungsbehörden und wurde nur aufgrund einer Anschuldigung seiner Ex-Frau verurteilt und mit diesen Briefen in Verbindung gebracht. Die Verteidigung versuchte die Briefe, die ihrer Meinung nach nichts mit der Pistolenfalle zu tun hatten, aus dem Prozess herauszuhalten, aber der Richter ließ schließlich 39 Briefe davon zu. Die Staatsanwaltschaft konnte erfolgreich Ähnlichkeiten zwischen diesen Briefen und den Schriften auf der Schachtel der Waffenvorrichtung feststellen. Die Staatsanwälte holten auch die Aussage eines Handschriftexperten ein, der erklärte, dass es aufgrund dieser Ähnlichkeiten möglich sei, dass die Briefe von Paul Frischur geschrieben wurden. Ein zweiter Experte, der ursprünglich Zeuge der Verteidigung war, unterstützte diese Schlussfolgerung. Ein interessantes Detail, das die Jury aber nie erfuhr, war, dass ein anderer Busfahrer etwa 20 Minuten vor Marys Ankunft einen großen Mann mit braunem Haar in der Nähe des Schildes entdeckte. Er fuhr angeblich einen gelben El Camino. Paul hingegen hatte dunkles Haar und war viel kleiner als der Mann, den sie sah. Außerdem besaß er keinen El Camino. Es wurden auch keine Anstrengungen unternommen, das Fahrzeug zu finden oder die Identität des Mannes herauszufinden. Berichten zufolge war Karen Frischur zu dieser Zeit jedoch mit einem Mann zusammen, auf den diese Beschreibung zutraf, obwohl auch er keinen El Camino besaß. Aufgrund von Karens Aussage, der kopierten Briefe, des fehlgeschlagenen Lügendetektortests und der Tatsache, dass die Waffe in der Schachtel auf Paul Frischur registriert war, wurde er des versuchten Mordes an Mary Gillis Payne angeklagt und verurteilt. Paul wurde zwar nie angeklagt, einen der Briefe verschickt zu haben, aber sie wurden in seinem Prozess trotzdem als Beweismittel gegen ihn verwendet. Es gab auch keine physischen Beweise, die Paul mit den Briefen oder der Pistolenfalle in Verbindung brachten und dennoch wurde er des versuchten Mordes verschuldigt befunden und zu 7 bis 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Obwohl viele zunächst davon überzeugt waren, dass die Polizei die richtige Person verhaftet hatte, dauerte es nicht lange, bis weitere anonyme Briefe in den Haushalten in Circleville und ganz zentral Ohio eintrafen. Und die Briefe hörten nicht auf. Und das alles, während Paul Frischur hinter Gittern saß. Wieder einmal waren die Behörden und Bürger ratlos. Der Gefängnisdirektor versuchte sogar, Paul in Einzelhaft zu stecken, um zu sehen, ob das dem Treiben ein Ende setzen würde. Doch das führte auch nicht zum Erfolg. Paul wurde dann einer Leibesvisitation unterzogen. Seine gesamte ein- und ausgehende Post wurde überprüft. Soweit die Gefängnisbeamten es beurteilen konnten, konnte er die Briefe unmöglich selbst verfasst oder verschickt haben. Und dann geschah das, was viele eigentlich für unmöglich hielten. Paul begann selbst, Briefe im Gefängnis zu erhalten. Saß also womöglich die falsche Person hinter Gittern? Der Sheriff von Pickaway County glaubte immer noch, dass der Inhaftierte irgendwie für die Briefe verantwortlich war. Aber immer mehr Menschen begannen zu hinterfragen, ob Paul tatsächlich schuldig war. Oder falls er schuldigt war, dann hatte er einen Komplizen. Oder war es vielleicht einfach nur ein Trittbrettfahrer, der diese ganzen Briefe verschickt hat. Diese und viele andere Fragen zu diesem Fall bleiben unbeantwortet. Bis heute. Die beiden ehemaligen Enthüllungsjournalisten Martin Yant und Robin Yoakum, die ebenfalls Briefe des Circleville Autors erhielten, gehen davon aus, dass es unmöglich sei, dass Paul Fraschur die Briefe aus dem Gefängnis heraus geschrieben habe. Sie haben auch die Fairness von Fraschurs Schuldspruch infrage gestellt. Das Ganze ist nochmals eskaliert, als viele der Drohbriefe mit Arsen versetzt wurden. Aber glücklicherweise wurde niemand wirklich ernsthaft verletzt. Der Fall der Circleville Briefe erstreckt sich über Jahrzehnte und es gibt heute noch nach wie vor zahlreiche Theorien und Verdächtige. Laut Karen Fraschur ärgerte sich ihr Mann Paul über Mary Gillespie's Untreue gegenüber Ron und machte sie sogar für seinen Tod verantwortlich, was möglicherweise dann diese Schikanierungskampagne gegen sie auslöste. Wenn Paul aber wirklich so weit gehen würde und Mary die Pistolenfalle gestellt hat, warum hat er dann so schlampig gearbeitet? Warum hat er die Seriennummer nicht richtig entfernt und warum hat er erst seine eigene Waffe benutzt? Karen war auf jeden Fall diejenige, die am meisten von Pauls Inhaftierung profitierte. Mit ihm im Gefängnis gehörte ihr alles, was sie bei der Scheidung vorher verloren hatte. Später wurde auch bekannt, dass Paul glaubte, sein Sohn Mark sei für den Diebstahl der Waffe verantwortlich und diese Information hatte er aber damals nicht preisgegeben, weil er seinen Sohn nicht in Schwierigkeiten bringen wollte. Berichtensfolge kam er zu der Überzeugung, dass Mark, der ihn kein einziges Mal im Gefängnis besuchte, Karen dabei half, ihn zu beschuldigen und ihm die Tat anzuhängen. In einem der zahlreichen Briefe prallte der Briefschreiber kryptisch, damit die ganze Sache Paul Fraschur angehängt zu haben und schrieb, Zitat, wir haben ihm eine Falle gestellt und ihn gut reingelegt. Manche glauben aber auch, dass David Longberry, also Marys Arbeitskollege, verbittert über seine Zurückweisung durch Mary und ihr Interesse an Massey, der ursprüngliche Circleville-Schreiber war. Aber als er aufhörte, die Briefe zu schreiben, sahen andere eine Gelegenheit, die Situation für ihre eigenen Zwecke auszunutzen. Longberry verließ Circleville schließlich, um einer Strafverfolgung zu entgehen, nachdem er 1999 dabei erwischt worden war, ein junges Mädchen angegangen zu haben. Kurz darauf nahm er sich das Leben. Oder aber alle diese eben genannten Personen haben nichts mit dem Fall zu tun und es war eine völlig andere, mysteriöse Person oder sogar gleich mehrere Personen. Der Fall wurde nach Pauls Verhaftung offiziell geschlossen und nie wieder aufgerollt. Paul wurde 1994, nachdem er 10,5 Jahre seiner Strafe verbüßt hatte, aus dem Gefängnis entlassen. Im selben Jahr berichtete die Fernsehsendung Unsolved Mysteries über den Fall. Noch bevor die Produktion begonnen hatte, erhielt das Studio einen anonymen Brief, in dem es davor gewarnt wurde, die Folge zu drehen. Zitat Ungeachtet dessen hörten die Drohbriefe, die der Einwohner von Circleville jahrzehntelang auf verschiedene Art und Weise gequillt und teilweise sogar fasziniert hatten, nach Pauls Freilassung und der Ausstrahlung der Folge Unsolved Mysteries so plötzlich auf, wie sie damals begonnen hatten. Martin Jent, der seine eigene Privatdetektei gegründet hat, glaubt immer noch an die Unschuld von Paul Fraschur. In Interviews hat Jent gesagt, dass Paul, der nicht aus Pickaway County stammte und nichts über die lokale Politik wusste, nicht in das Profil des Briefschreibers passte, der sich leidenschaftlich für die Politik von Pickaway County zu interessieren schien. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis beteuerte Paul Fraschur weiterhin seine Unschuld bis zu seinem Tod im Jahr 2012 im Alter von 70 Jahren. Nach seiner Freilassung unterhielt er eine Website, auf der er seine Unschuld weiterhin beteuerte und Beweise sammelte. In den letzten Jahren wurden die Briefe von zwei Experten untersucht, von denen einer sicher ist, dass Paul der Autor war, während der andere glaubt, dass er es nicht war. Die ehemalige FBI-Profilerin Mary Ellen O'Toole hat erklärt, dass sie glaubt, der Autor könnte jemand anderes als Paul sein. Im August 2021 strahlte die CBS-Sendung 48 Hours eine Folge aus, in der der Verfasser der Circleville-Briefe durch forensische Dokumentenuntersuchungen eindeutig identifiziert werden konnte. CBS beauftragte die Dokumentenprüferin Beverly East, die die Circleville-Briefe mit Paul Fraschurs bekannter Handschrift verglich. Sie fand zahlreiche Verbindungen zwischen der Handschrift des Briefschreibers und Pauls Handschrift, insbesondere bei der Schrift der Zahlen. East sagte, es gebe Muster in den anonymen Briefen, die nicht mit Pauls Handschrift übereinstimmten, fand jedoch aber auch mehr als 100 Eigenheiten in Pauls Handschrift, die übereinstimmten. Und sie kam schließlich zu dem Schluss, dass Paul der Autor war. Und sie war sich ziemlich sicher. Zitat Allerdings sind sich nicht alle Experten einig, dass Paul Fraschur für das Schreiben der Briefe verantwortlich war. Die ehemalige FBI-Profilerin Mary Ellen O'Toole glaubt nicht, dass es genügend Beweise gibt, um zu behaupten, dass Paul der Briefschreiber war. Insbesondere verweist O'Toole auf die Briefe, die verschickt wurden, während Paul im Gefängnis war. Da es für ihn physisch unmöglich war, diese Briefe zu schreiben und zu versenden, scheint es klar, dass eine andere Person beteiligt gewesen sein muss. Denn während Pauls 10-jähriger Haft wurden, nicht nur ein paar Briefe verschickt, sondern buchstäblich hunderte von Briefen an Menschen in ganz zentral Ohio. O'Toole glaubt auch, dass die Briefe von seiner Frau geschrieben wurden und dass die Briefschreiberin keine gute Schulbildung hatte. Paul Floschur jedenfalls hatte drei Hochschulabschlüsse, darunter einen Masterabschluss. Und trotz der Behauptungen von 48 Hours konnte sie den Briefschreiber tatsächlich nicht eindeutig identifizieren. Eine Theorie zu den Briefen besagt, dass es mehrere Briefschreiber gab, nicht nur einen. Dies würde erklären, wie der Briefschreiber Geheimnisse über eine so große Gruppe von Menschen kannte. Buchstäblich hunderte von Menschen in zentral Ohio erhielten diese Briefe und es würde auch erklären, wie die Briefe auch nach Pauls Floschurs Inhaftierung weiter verschickt werden konnten. Ein weiteres merkwürdiges Detail unter wirklich vielen merkwürdigen Details dieses Falles ist schon die fast auffällige Abwesenheit von Gordon Massey in allen Berichten über diese Ereignisse. In den meisten Briefen ging es um Massey und viele der Briefe wurden auch an ihn verschickt. Auf dem mit der Pistolenfalle versehenen Schild stand geschrieben, dass Marys zwölfjährige Tochter eine Beziehung mit Massey hatte. Massey war auch das Ziel der allerersten Briefe und obwohl Mary Gillispy eine Affäre mit ihm leugnete, hatten die beiden nach Rons Tod dann doch noch eine Beziehung. Und seltsamerweise gibt es über alle anderen Personen, die irgendwie in diesem Fall involviert waren, eine große Menge an Informationen, außer über Massey. Er scheint wie ein Geist zu sein. Er war ein angesehenes Mitglied der Circleville-Gemeinde, verheiratet und hatte einen Sohn. Ja, äußerst mysteriöser Fall. Was glaubt ihr? Wurde hier ein Unschuldiger verurteilt oder war Paul Fraschur wirklich der mysteriöse Briefschreiber? Aber wenn er es wirklich gewesen ist, wie konnte er die Briefe weiter aus dem Gefängnis verschicken? Ich glaube, hier gibt es mehrere Enden, die man miteinander verknüpfen muss, um zu etwas zu kommen, das man vielleicht als Lösung bezeichnen kann. In der Realität können wir aber, wie gesagt, nur Vermutungen anstellen. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass Paul der ursprüngliche Briefschreiber war. Aus welchem Grund er das getan hat, kann ich nicht sagen. Auch glaube ich, dass er derjenige war, der die Pistolenfalle aufgestellt hatte. Wenn es seinen Angaben nach stimmt und ihm seine Pistole, die in dem Fall verwendet wurde, wirklich gestohlen wurde, warum zum Teufel meldet er sie dann nicht als gestohlen? Das ist doch das Erste, das man macht. Und genau das macht ihn meiner Meinung nach sehr verdächtig. Er dachte sich wahrscheinlich, dass wenn er die Seriennummer aus der Waffe herauskratzt oder wegfeilt, dann kann sie nicht mehr zurückverfolgt werden. Was er wahrscheinlich nicht wusste, ist, dass es spezielle Methoden gibt, selbst weggefeilte Seriennummern in Metall wiederherzustellen. Und das hat ihn letzten Endes auch überführt. Aber es gibt natürlich auch andere Theorien und Verdächtige. Pauls Ex-Frau Karen hätte ein Motiv, ihn hinter Gittern zu bringen. So würde sie nämlich alles, was sie nach der Scheidung verloren hatte, wiederbekommen. Für sie wäre es kein Problem, an seine Pistole heranzukommen. Als Paul im Gefängnis saß, haben sich wahrscheinlich ein Nachahmer oder sogar mehrere Nachahmer als der mysteriöse Briefschreiber ausgegeben, einfach um die schmutzige Wäsche der Gemeinde öffentlich zu waschen. Im Laufe der Jahre wurden etwa 20.000 Briefe verschickt an einen Bereich, der etwa 50.000 Einwohner hatte. Für eine Einzelperson ist das meiner Meinung nach nicht möglich, ohne irgendwann aufzufliegen. Einer dieser potenziellen Nachahmer könnte der von Mary verschmierte Arbeitskollege Longberry sein. Vor allem in den Briefen und Postern, in denen es explizit um Ronald Marys Tochter ging, könnte er es gewesen sein, weil auch er wegen des Missbrauchs von Minderjährigen verurteilt wurde. Nach der Verurteilung ist er geflohen und begegnen sich zieht. Erst im Jahr 2009 hat man seine Leiche wirklich identifiziert. Es gibt noch eine weitere Theorie, nämlich dass der Sohn von Paul Frischu etwas damit zu tun hatte. Paul hatte drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn, Mark. Mark war besonders verzweifelt über die Scheidung seiner Eltern und während des Prozesses drängte Karen ihn offenbar, sich für eine Seite zu entscheiden. Er blieb bei seiner Mutter und besuchte seinen Vater Paul kein einziges Mal im Gefängnis. Ein Journalist, der damals über den Fall berichtete, gab an, dass Paul glaube, sein Sohn Mark hätte die Waffe gestohlen, weil er wohl so etwas ähnliches Mal gegenüber seinen Freunden erwähnt hatte. Freunde der Frischu sagten aber, dass Paul niemals der Polizei etwas gesagt hätte, das seinen Sohn belasten würde, selbst wenn es zu seiner eigenen Entlastung beitragen würde. Im Jahr 2002 wurde die Leiche des 39-jährigen Mark Frischu treibend im Skioto River in Ohio gefunden. Er starb an einer sich selbst zugefügten Schusswunde. Manche glauben, er habe sich aus dem Schmord begangen, weil er sich wegen der Verurteilung seines Vaters schuldig fühlte, aber seine Mutter Karen sagte, er habe jahrelang an Depressionen gelitten. Circleville war eine kleine Gemeinde. Jeder kannte jeden und es gab wahrscheinlich auch viele Leute, die irgendwelche Geheimnisse der anderen kannten, aber keine Möglichkeit hatten, diese zu offenbaren. Als der Briefschreiber auftauchte, war das für viele die Gelegenheit, Dinge über andere auszupacken, ohne selber dabei ins Kreuzfeuer zu geraten. Nach dem Motto, ein mysteriöser Briefschreiber deckt die schmutzigen Geheimnisse der anderen auf, das ist meine Chance. Da Paul im Gefängnis saß und seine Post streng kontrolliert wurde und er sogar zeitweise in Einzelhaft saß, war es für ihn absolut nicht möglich, irgendwie Briefe zu verschicken. Das kann also eigentlich nur bedeuten, dass er entweder mehrere Komplizen hatte, die bis heute dicht gehalten haben oder aber es waren, wie eben erwähnt, Trittbrettfahrer. Und schlussendlich hat der Unwille des Sheriffs, Rons Tod gründlich zu untersuchen, mit in dieses komplizierte Geflecht reingespielt. Und wenn in so einem Fall die gute alte Kleinstadtkorruption eine ordentliche Aufklärung verhindert, dann stehen die Chancen schlecht, dass der oder die wahren Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Paul Fischow hat nach seiner Entlassung einen Online-Blog erstellt mit dem Namen The Full Story. In diesem Blog behauptet er, dass der Sheriff Gordon Massey, also der, über den es zu wenig Informationen gibt, mit Absicht gedeckt hat, da dieser wiederum von einer Affäre des Sheriffs wusste. Diese und viele weiteren Ungereimtheiten hat er an das FBI geschickt, damit diese sich dem Fall annehmen, aber ohne Erfolg. Ihr seht also, das ist ein richtiger Sumpf aus persönlichen Beziehungen, Kleinstadtkorruption, Vertuschung und was weiß ich noch alles. Und zu guter Letzt gibt es da noch eine Theorie. Nämlich, dass es Mary selbst war. Wer sich fragt, warum sich jemand so etwas antut, sollte den Fall einer Frau namens Ruth Finley lesen. Auch sie erhielt Briefe und wurde bei einem Entführungsversuch sogar mit einem Messer verletzt. Es stellte sich jedoch heraus, dass sie sich diese Dinge fast unbewusst selbst antat. Es rührte von einer traumatischen Kindheit her und wurde durch Stress in ihrem Leben ausgelöst. Ein weiteres Beispiel wäre Cindy James, eine Frau, die jahrelang extremstem Stalking ausgesetzt war und das sogar in ihrem Tod endete. Und auch hier wird davon ausgegangen, dass sie sich das alles selbst angetan hat. Zu beiden Fällen habe ich hier auf dem Kanal ausführliche Videos gemacht. Ich verlinke sie euch beide in der Infobox. Aber zurück zu Mary Gillespie. Wenn Mary als Busfahrerin gearbeitet hätte und keinen anderen Job gehabt hatte, hatte sie wahrscheinlich tagsüber viel Freizeit gehabt. Schulbusfahrer arbeiten zumindest in den USA normalerweise ein paar Stunden am Morgen und dann ein paar Stunden am Nachmittag. Haben um die Mittagszeit also herum frei. Die Frage ist natürlich, was Ron zu dieser Tageszeit gemacht hat. War er am Arbeiten? Mary hätte also viel Zeit gehabt, um die Briefe zu schreiben und nach Columbus zu fahren, um sie abzuschicken. Außerdem ist nicht bekannt, ob Mary zu Hause war, als Ron in der Nacht, in der er starb, den verhängnisvollen Anruf erhielt. Auch war Mary diejenige, die die Pistolenfalle gefunden hat. Sie fand die Kiste mit der Pistole, als sie alleine im Bus war. Es war früh am Morgen und sie war gerade auf dem Weg, die Schüler abzuholen. Es gab also keine Zeugen. Und wie es der Zufall so wollte, wollte sie gerade das Poster herunternehmen, das mit der Pistolenfalle versehen war und wie durch ein Wunder, löste die Falle aber nicht aus. Es scheint zunächst unwahrscheinlich zu sein, dass Mary die ersten Briefe geschrieben hat, da in ihnen stand, dass sie und George Massey eine Affäre hatten, was sich nach dem Pull von Ron auch tatsächlich bestätigt hat. Es scheint zunächst völlig absurd zu sein, dass sie sich selbst so etwas antun würde. Aber wenn man sich den Fall Ruth Finley anschaut, dann scheint das durchaus im Bereich des Möglichen zu sein. Vielleicht hat sie dies alles unbewusst getan, weil sie zum Beispiel wie Ruth Finley an einem Trauma litt und eine Art zweite Persönlichkeit entwickelt hatte. Die Möglichkeit hätte sie auf jeden Fall gehabt. Und die FBI Profilerin ging ja auch davon aus, dass die Briefe von einer Frau verfasst wurden. Was aber auch hier, wie bei allen anderen Theorien sicher ist, ist, dass sie nicht alle Briefe geschrieben hat. Denn egal welche Theorie man bevorzugt, ich bin mir zu 100% sicher, dass es einen oder sogar mehrere Trittbrettfahrer gegeben hat. Je mehr man sich mit diesem Fall auseinandersetzt und tiefer in den Kaninchenbau begibt, desto verwirrender wird das Ganze. Gefühlt hatte jeder, dessen Name in dem Zusammenhang mit diesem Fall genannt wird, ein Motiv. Gegen zahlreiche der Männer, die in diesem Fall genannt wurden, gab es irgendwann mal die Anschuldigung von Menschengebrauch, von holzlicher Gewalt oder Schlimmerem. Jeder in dieser Gemeinde hätte ein potenzielles Motiv gehabt. Die Unwilligkeit der Polizei, Rons Tod zu untersuchen, tat dabei ihr Übriges und der Gerichtsmediziner, der bestätigte, dass sein Tod ein Unfall war, wurde selber wegen Menschengebrauchs verurteilt. Wie es der Briefeschreiber in einem der Briefe Jahre zuvor ankündigte. Seit 1994 wurden keine Briefe mehr verschickt und mehrere der in dem Fall verwickelten Personen sind inzwischen gestorben. Die Frage, wer die Briefe geschrieben hat, wer die Pistolenfalle für Mary Gillispie aufgestellt hat und ob Ron Gillispie durch einen Unfall oder ein Verbrechen gestorben ist, ist auch fast fünf Jahrzehnte später noch nicht beantwortet und wird es wahrscheinlich auch nie. Für den Staat Ohio gilt der Fall als abgeschlossen. Paul for sure hat seine Strafe für den versuchten Mord abgesessen und die Verjährungsfristen für Belästigung, also für die Briefe an sich, sind schon längst abgelaufen. Sicherlich könnte man mit heutigen Methoden, zum Beispiel mit einer DNA-Analyse der Briefe, viele neue Spuren verfolgen, aber ich bezweifle, dass die Polizei noch irgendwo Überbleibsel des Falles in ihren Asservatenkammern hat. Der Fall bleibt also weiterhin, obwohl er als gelöst gilt, ein Mysterium und regt natürlich zum Spekulieren an. Was glaubt ihr, ist in Circleville wirklich passiert? Ja, meine Lieben, und das war's auch schon wieder mit diesem Fall. Ja, eine sehr, sehr komplizierte und verwirrende Geschichte. Ja, meine Lieben, und das war's auch schon mit diesem Video. Ziemlich, ziemlich komplexe Geschichte. Mich erinnert dieser Fall nicht nur an Ruth Finley und Cindy James, über die ich, wie gesagt, hier auf dem Kanal schon ein Video gemacht habe, sondern auch so ein bisschen an Don Henry und Kevin Ives. Das waren ja diese beiden Jugendliche, die in einer kleinen Stadt vom Zug überrollt wurden und am Ende hat sich herausgestellt, dass dahinter eine riesen Vertuschungskampagne mit allen lokalen Behörden und Kleinstadtkorruption und ich glaube, so ein bisschen hier war das auch der Fall. Ich glaube, der Polizeichef wollte unbedingt verhindern, dass Rons Tod genauer untersucht wird, weil es sich vielleicht doch um einen Mord handeln könnte und irgendwie war das Ganze so ein ganz kompliziertes Beziehungsgeflecht und wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass Paul Flechur zumindest am Anfang für die Briefe verantwortlich war, das Ganze aber dann irgendwann durch wahrscheinlich zahlreiche Trittbrettfahrer einfach völlig außer Kontrolle geraten ist und ja, wer die wahren Absender der Briefe waren, wird man wie gesagt nie erfahren, da es wahrscheinlich einfach gar keine Spuren mehr zu diesem Fall gibt. Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Was glaubt ihr? Wer war es von den ganzen zahlreichen Personen? War es Mary selbst? War es Paul Flechur, also der Schwager? War es ihr verschmähter Liebhaber Arbeitskollege? War es einer der Polizisten oder war es der Gerichtsmediziner? Also es gibt ja wirklich zahlreiche Verdächtigen und ja, schreibt mir mal meine Konten in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und falls ja, dann wisst ihr, was zu tun ist. Abonniert meinen Kanal, gebt dem Ganzen ein Like, das würde mich sehr freuen und natürlich schön fleißig kommentieren, das füttert den YouTube-Algorithmus und hilft mir am allermeisten. Also meine Lieben, ich bedanke mich natürlich bei euch wie immer recht herzlich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen was auch immer Abend, Morgen, Nacht und oder schönes Wochenende. Bis dahin, Tschüss!